So, äh, dann könnt ihr einfach die Sachen da reinlegen und da, wo die Trophäen sind, reingehen und das dann auf die Staatskasse, äh, überweisen. So, jetzt gehen wir mal in den Wasser und legen mal los. Masse, lasst ihr drauf haben. Seht ihr die Bogen? Ja, ja, Bogen. Ahahahaha, lepp' voll, Voselscheuche. Das war ausgezeichnet. In Ordnung, Dusel. Nicht socoins. Ihr wisst, was dann passiert. Kümmern wir uns ums letzte Ziel. Noch eine übrig. Moment, energy hab' ich nicht ins Spiel gebracht. Ja, jetzt kommen diese Moos. Das sind so, die brauchen. Ein paar Haut drauf. Wenn man genug Wund zusammenkriegt. Ausgezeichnet. Da kommen noch mehr von rechts. Oh, herrlich. Oh, die Schuhe. Das hat's dir. Da kommen noch mehr von rechts. Hey, gut doch. Oh. Oh, jetzt kommen da wieder noch mehr. Ja, ja. Sie kommen von links. Also, von links kommt ja keiner mehr, fast aber egal was. Oh, gut. Da kommen Sie. Von links. Oh, gut. Da kommen Sie. Oh, gut. Da kommen Sie. Von links. Oh, gut. Da kommen Sie. Von links. Von links. Ja, ja. Jawohl. Jawohl. Und jetzt kommt das nächste. Jetzt wird's richtig böse. Von Maria Böse, ja, ja. Jetzt geht's los, jetzt kommen die Geister. Ich bin echt geiles Spiel. So, auf gehts! Geht kein Sackgarten! Hey! Sackgarten, Sackgarten! So, warten! Oh, diese... Scheiße, Sackgarten! Ich bin niemals die Knoppen! Ich bin schon nachgeliefert! Ich bin schon nachgeliefert! Also, das hat einen niedrigen Lauf aufgewertet. Das mache ich nachher noch. Aber mache ich es bis später. Ich bin da ein bisschen... sehr viel drin sammeln. Ähm... Merk drum, öffnen zu können. Ich bin schon nachgeliefert! Ich bin schon nachgeliefert! Nein, zu tief! Oh, das war ja noch schlimm, wenn man zu tief kam. Ich bin schon nachgeliefert! Ah, scheiße! Ist der vielleicht... ja klar! Ich bin schon nachgeliefert! Ja, sag mal, die Däden-Gasen. Oh, die nervige Bieste, ey. Die Däden-Gasen. Oh, die Däden-Gasen. Die Däden-Gasen sind ein bisschen zu frei, die Däden. Die Däden-Gasen sind ein bisschen zu frei. Ja, die Däden-Gasen sind ein bisschen zu frei. Oh, die Däden-Gasen sind ein bisschen zu frei. Na gut, wie soll! Herz wird ein Fäschchen! Wunderbar! Herz wird ein Fäschchen! Wunderbar! Jetzt ist es nur auf 39, da schauen wir mal, dass ich auf 200 komme, dass ich besser die Waffen aufrüsten kann und einen sauber verbessern kann. Immer schauen, dass man da genug drauf hat. Der Ehre zu bleiben! Von den Zehen, meinst du jetzt? Ach, mir schreit mich drum, ey! Oh, der Ohr mag kaputt! Ja, dann können wir die mal schneiden, hier. Ein bisschen... Oh! Mann, ey! Krass mich wieder anecken! Der Kira! Ich nehme mal auf den Flug... Ups! Ah! Ah! Das ist die Möglichkeit, irgendwie ausweichen zu können. Wow! Das ist ja ein bisschen nüsch. Es geht auch gut, es funktioniert auch gut. Da muss man nur was, was man abrollen kann, wenn der kommt. Alter, ich liebe ein Schwert oben, das ist doch scheiße. Alter. 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 Das hier. Ha! Jawoll, einmal runter, hoffentlich bald mal noch da vorne. Und... Und... Dann schaffe ich das jetzt das erste Mal, als ich den hier mal gebuckrig, ohne zu verrecken. Und zu stärken, ja nicht? Ja, ja. Ja, jetzt haben wir ihn geschafft. Das ist gut, das ist ganz gut. Sehr gut. Sehr gut. So wie ihr das jetzt da seht, das sehen habt, dass es auf der hinten Seite das Geld auffüllt. Ob das keine drin ist, muss ich noch machen. Dann kann ich euch jetzt sagen, naja, was kann es eigentlich nicht sagen, glaube ich. Na, muss ich warten. Jetzt muss man noch einen Vertrag runterzeichnen. So wie ich, nachdem ich euch im Kampf gesehen habe. Ich bitte euch nur um euren Soldaten. Na, die reden einfach viel zu lange. Eure AP sollte das Volt schwitzen, statt es zu unterdrücken. Verhilft dieser und die Frau zu neuen Ebenen. Ja. Und denke an die Gehaltserhöhung. Schnauzebär. Ja, denke an die Gehaltserhöhung. Die werden cool, ja. Dann unterzeichnen wir schon meinen Vertrag. Ich verspreche es. Also wie ich schon gesagt, ich halte meine, ich halte meine, in dem, in allen Missionen meine Versprechen ein. Also, beim ersten Mal habe ich es probiert, da hat man mich gehasst, als ich alle Versprechen gebrochen habe. Aber ich halte es so ein. Doch, so ist es besser. Das geht jetzt mal hin. Naja, halte es mich. Beste, oder? Beste, oder? Die ist so schön. Haste. Die hat es denn keinen Bock gehabt. Aber... Hoffentlich nicht, dass es jetzt so schlimm ist. Haste, wenn ich zu nahe drüben stehe. So, jetzt gehe ich mal zurück. Und mach mal die anderen Kisten hier auf. die die man die Rest ist da so weiter geht 90 und im auf Oh mein Gott, das ist ja noch nicht wieder. Jetzt hierher. Das ist das, dass ich gedacht, dass ich mehr Geld bekomme. Ja, das dürfte. Ja, mehr Geld verdienen. Waffe 5. mehr Geld verdienen. Ich weiß nicht, wenn ich gelesen was das ist, aber ok. Dann 40, dann habe ich 40, 115. So, noch fortbrechen hier. Wird es sich die jetzt auch noch 40. Boah, sind es 90. 5 und 10. Doch, geht sich aus. Sind es gerade 100, dann habe ich nur noch viel, sehr viel weniger. Bitte kehrt zum Unterschlupf zurück, dann kann ich euch informieren. Ja, mache ich. Jetzt habe ich dann nur noch 5, also. Zwischen 5 und 10 habe ich noch. Oder 15, wie auch immer. 15 habe ich noch, ja. 15 zählen. Und die fühle ich mir dann wieder auf, also. Das muss ich aber da rein. Jetzt kann man sich ja wieder auf. Oh, Mist. 60. Oh, Scheiße. 120. Oh, 180. Oh, je. 205. Oh, ne. Wieso immer. Wie auch immer. Das fängt ja schon. Diebstahlpapier. Was ist das? Ne, jetzt hoffe ich mir später, also. Das kommt mir alles später. Nämlich bis dahin. Muss ich sehr viel sammeln. Und jetzt gehe ich dann aber zurück in die Gildenhalle. Und jetzt gehe ich dann aber zurück in die Gildenhalle. Und dann zeige ich euch, wie ich. Was ich vorhin gemeint habe. Bevor ich mir keines Missgeschick passiert. Dass mir, ähm, keine Auswahl auf an der Kamera. Also abgemacht. Wir gehen jetzt zurück. Oh, mein Gott. Wir gehen jetzt zurück. Ja, und hoffe ich auf weitere Gefängnisleute. Wir geben euch Bescheid. Wir gehen jetzt. Na, dann wieder von. Oder rein. Seht euch ruhig. Wir treffen uns dann bei den Kanälen. Die nach Bauernstörfen. Nicht zu verwehren. Das war das, wie denn die Schatzdrohung kommt. Ja. Jetzt gehe ich dann aber in die, die. In die Hellenliebe. Was ist das? Eine Perle. Okay. Euer Versprechen an Zwift bringt an der Wand. Okay. Da habe ich jetzt zwei, drei Versprechen. Es sind noch zwei. So. Hier. Hier. Hier geht es in den Trophäen rein. Und das, was ihr hier sammelt, könnt ihr hier in diesem Buch später, sehr viel später, wenn ihr König seid, könnt ihr, ähm, könnt ihr dann dieses, was hier drin liegt, an die Staatskasse überweisen. Das, äh, privates Geldkonto. Und dann könnt ihr so die, die Opferzahlen komplett senken. Ich hoffe es mal. Also, ich habe es noch nicht probiert bis jetzt. Ich probiere es jetzt gerade zum ersten Mal. Weil ich mal alles ausprobieren möchte. Ah, so wie gute, wie auch die Schlecher. Okay. Jeder Handschuh kann einen besonderen Zauber auslösen. Ach, so wie so. Mit zwei verschiedenen Handschuhen hierher, könnt ihr eine zerstörerische Kombination dieser beiden Zauber wirken. Ja, nehmen wir das mal rein. Eine wirklich extenente Kombination. Ach, ne, wir müssen schon in die Waffe kommen. Noch einmal die eine Waffe anschauen. Wie ich die verbessern kann. Ich gewandle, sie haben neue Sachen. Ah, der Knochenbrecher ist eine Verbesserung mit drei Diamanten. Ich glaube, dass ich das machen kann. Kann doch auch nichts machen. Kann doch auch nichts machen. Kann doch auch nichts machen, aber egal. Äh, da schau, dass ich noch einen neuen Schwerpunkt gekommen habe. Okay, gut, machen wir weiter. So, jetzt biete ich dem nächsten Dorf meine Hilfe an. Ups, das ist die falsche Seite. So, hier. Ah, hier. Nein. Ach, halt doch, die Snauzi und der mich aber auch auf. So, okay. Ja, da kamen alte Erinnerungen wieder hoch. Aber leider nicht die Waffe. Ja, da hast du ja noch, da hast du später. Ähm, wenn du das Spiel durch hast, hast du dann auch, äh, da eine Mission, sehr viele Missionen auch zu machen. Und ja, man ist sehr lange dran, eben, zu schauen, dass man alle Missionen perfekt durchbekommt. Ja, das geht sich schon mal aus, ne 7 Minuten. Das war's so. Ja, Entferno. Run, Baby, run. Oh, den habe ich übersehen und ich habe mir gedacht, was hinter meinem Rücken her, dabei ist es ein Pudel, oder wie die Dinger da heißen. So, ich bin mal, oh, der große Bruder, der ist ja nervig. So, ich bin mal komplett falsch, aber, oh, scheiße, wo muss ich jetzt wieder hin? Oh, fuck, haha, sorry, bitte, jetzt muss ich... Mann, ist das ein siebte Klatsch, das gibt es doch noch nicht, so. Irgendwas habe ich vergessen. Das ist jetzt aber nur ein vorübergehendes, ähm, kurz LP. Und da kommen diese Pies, nicht schönes Pies da. Ja. 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 Du bist, du kannst auf mich schießen, du! Nein, das ist jetzt Kombination ver chorus. Eil, wirbelsturm und feuer. Für die, die es noch nicht gespielt haben, boah, ja, je, 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 je Ja, das wird auf mich geschlossen. Ach nee, das ist ja gar nicht mehr auf. Wenn man lange auf X bleibt, ah, auf Y zusammen, dann kannst du, wenn das an zu fibrillieren, denn die muss immer auch so ein Einschlaven löten hier und das jetzt mal richtig zeigen. So wie jetzt hast du mehr Zünder zum Abdrücken. Dann nimmt die Kugel extremer und härter raus. Ah, so gut, der ist jetzt nicht so netzer. Beim zweiten Schuss, immer meistens beim ersten, zweiten Schuss funktioniert es aber. Da ist ja gut. Ich finde sie, das nervige Biese, das ist nicht normal. Die Biese sind jetzt schnell kaputt, also. Schnell hin. Das ist aber, Run? Run, Run. Ah, ich muss da nur schauen. Wie haben wir das nächste Haus, wenn es so nirgends ist? Hm, naja, das ist ja. Wie muss das denn? Ja, verschauen wir sich da auf. Dieses Monster ist riesig. Ich kann eigentlich nichts da an der Bude. Ach, scheiße. Der wäre cool. Der wäre cool. Der wäre cool. Da würde jetzt einer am Fliesen. Da habe ich nämlich noch mehr zu wenig gehabt. Ist es so gut, danke. Ja. Ich bin froh, die Hoffnung, schau mal ein Deck weiter. Ich würde jemanden wie heute gern kennenlernen und ertrennen. Ihr scheint öchter zu sein! Ich töte diese Leute wie ihr! Das ist ein Wiener, ein Wiener, ein Wiener. Ja.